Die Flanke war gut, Julia Arnold steht gut, aber muss ihren Kopf ein bisschen weiter Richtung Tor bewegen, damit der reingeht. Julia Arnold, FC Carl Zeiss Jena, offensives Mittelfeld. Ich bin mit 15 mit meiner Zwillenschwester nach Jena gekommen. Immer wenn ich in der Stadt bin, ist das eher mein Zuhause geworden. Es ist eine gemütliche Studentenstadt, auch mit einem tollen, jungen Team. Ich fühle mich da geborgen und will da mit dem Team ein bisschen was erreichen. Dieses Jahr kann es nur ein Ziel geben und das ist Klassenerhalt. Ich denke, dieses Jahr rechnen nicht viele mit uns, deswegen denke ich, dass wir nur gewinnen können. Ich wollte mit meinen beiden Schwestern nach London. Leider hat sich meine Zwillingsschwester am Tag davor ins Kreuzband gerissen. Meine große Schwester und ich haben dann gesagt, okay, wir fahren trotzdem. Was wir dann gemacht haben, wir haben Fotos von meiner Zwillingsschwester genommen und die immer in die Fotos mit reingeschnitten, sodass sie auch ein Teil davon war von der Reise. Der Erste, der schaut, ist sicherlich mein Papa zu Hause. Und ja, ich finde das toll. Ich glaube, wir brauchen mehr Visibilität allgemein für Frauen und Frauen im Sport. Und da ist es der nächste Schritt hinsichtlich Professionalisierung. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.